Hier sind aber vier oder fünf Köter noch oben. Ja, solange die da oben sind, ist das mir erst mal egal. Okay, mich verarschen oder so? Das kann erstmal ja alles aufwaisen. Ach, Odd of Dragonfly ist hier oben. Okay, wir haben neunmal Salbe noch. Ja, hier ist auch ein Lava-Tümpel, wo ich bin, ein Lava-Tümpel. Hier rennt auch ein Baum durch die zwei Bäume, durch die Gegend, drei. Noll. Vier, wollt ihr mich verarschen? Ah. Okay. Hier, das da rein. Solange die nicht runterkommen, ist das egal. Wo sind die Blumen hin? Wo sind die Blumen hin? Ich kann nicht gleich wiederbeleben. Hm. Musst du nur zurückkommen. Ja. So. Ich guck hier oben nochmal kurz. Voll im Regen, das ist ja immer noch. Ja, aber nicht mehr so stark. Ja. Okay. Werkzeug. Das ist ein Dragonfly. Dann sind hier oben Ziegen. Laufenden Baum. Hier. Äh. Okay. Hier ist sogar ein Thermostat. Noll. Ein Thermostat, eine Kiste steht hier rum. Und eine Kühlbox. Komm, dropp das Essen. Komm, dropp das Essen. Mal gucken, wenn ich hell da hinkomme, dann hole ich die Sachen. Mal. Na, die Köter sind eh nervig. Du hast nur zu wenig Leben. Das ist dein Problem gewesen. Zu wenig Leben. Ich lauf einfach bei solcher Sachen immer. Trotzdem sind die Scheiße. Nö. Wir haben die doch schon öfters geschafft. Wir sind auch einfach zu sehr auseinander gerannt. Ja. Ich wusste ja, wo ich... Ich musste ja irgendwo in Richtung, wo ich immer Sachen hatte. Was ist das jetzt? Oh, ich hab Bonbons gemacht. Bonbons, Bonbons. Ja. Du bist auch so ein Bonbon. Wie viel Leben zieht mir das jetzt ab? 40 sogar. LOL. Okay. Geheilt durch, komm. Ja kommst du doch. Passierte doch nichts. Ja, nicht mein. Wenn ich wieder hoch will. Na, das weiß ich nicht. Weil hier so viele Köter sind. Ja, dann lass doch erstmal. Sonst komm ich mit. Na, dann verdammt viele Köter. Ja, dann nehm ich die einfach mit und lock die hier runter. Die Blume ist noch da. Solange wir so eine Blume haben oder Spinnen oder Bienen in der Nähe sind, dann ist das kein Problem. Ja. Dann ist das easy going. Wo ist der Weg da wieder zurück? Deswegen laufe ich immer, laufe ich immer, laufe ich immer in irgendeine Richtung. Immer laufen, laufen, laufen. Bis es nicht mehr geht, aber jetzt müssen wir ja mal Sachen sammeln hier. Geht ja gar nicht. Geh. Greifen die Ziegen auch noch an. Ey, die Hunde da hat. Ja. Und die Köter verlieren. Ja, die Ziegen sind noch mehr. Ja, eine Ziege macht. Ein Köter fertig, wo er von zwei Kötern angegriffen wird. Nice. Jetzt ist die Ziege tot. Jetzt kommen die Spinnen. Jetzt kommen wir hier runter. Mann, 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 Mann. Tintin. Tintin, 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 Tintin. Aber belebe mich mal erst, wenn wieder Tag ist, dann. Ja, ich brauche ein Seil und Loks... Vader mach ich nicht NööööööЭ Nein Machst du? es ist doch ein Longsuit ich bin mir erst wieder ein bisschen gesichert ich denke daran dass es gleich wieder dunkel wird Tja ich hab eine Fackel das wird sowieso nicht so lange dunkel sie kann ja mal eine Fackel anmachen Hallo Na Sterbi Vicky Bin ich gestorben oder du? ich bin nicht gestorben ich habe immer so ausweichspläne hier wo sind denn meine fackeln ich habe keine fackeln wo sind die habe ich ins lager geschmissen ich kann erst mal einen halben steck davon reinwerfen kann aber meine fackeln sind aber die sind irgendwo hier sterbe du hast nicht meine sachen mitgenommen ich habe selber kaum platz bei mir mein ganzes inventar ist voller werkzeuge teilweise die nicht mehr auf der karte hier bei mir schmetterlinge tote die können ich jetzt erst mal dein bäumchen du hast du hast sogar noch eine heilsalbe bei dir und die liter sogar siehst du dir da hast keine spinne ja dann hast du den mod nicht aktiviert doch habe ich damit ich halt geheilt jetzt warte mal jetzt ist er weg ich habe nur gesagt warte mal nur spacken mehr habe ich nicht gesagt heiling plus ist das glaube ich eigentlich ist das an ich habe da nichts ausgestattet oder so so klub schießt was machen wir jetzt mit euch die linken ok komisch bei meinem ausmachen gut ah die ist gerade nice das was essen wer ist gerade auch jetzt noch eine blume die tue ich aber mal tecken das ist doch stehen ja aber nicht zwei oder soll ich beide nebeneinander placen mach doch ok habe ich jetzt dann geht der mein gehirn so extrem runter oh hier ist honeycombe honeycombe und ganz boah ganz viele und jetzt sehen hunde und stacheln einmal honeycombe joint deserver joint deserver so joint deserver jetzt habe ich schon wieder nichts zu essen mit war klar doch ich habe noch meine bonbons deine bonbons so jetzt habe ich alles voll alles wieder voll ach so ich habe so eine spitze habe ich ja willst du denn da mal mit hinkommen oder ich mal ja lass ich muss erst mal Inventar lernen hier gerade also ich muss jetzt mal Blumen sammeln für mein Gehirn deswegen so Tag 19 sollten wir auf jeden Fall da hochgehen das ist eh langer Tag Stacheln haben wir Hundezähne schon wieder ein Samen hier honeycombe kann ja auch hier rein stunden hin ich muss ja was erst mal für den Weg definitiv Warte mal hatte ich doch noch einen Cashner dabei kaputt gegangen hm keine ahnung den hammer brauche ich glaube ich erst mal nicht obwohl den hammer nehme ich mit vorn sitz selber zack 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 bei mir habe ich so langsam Angst vor dem Bienen warum wenn ich ohne Grund angreifen dein Gehirn ist zu niedrig meinst du dass es da dran liegt ja greife ich mich aber auch an wenn ich das Gehirn zu niedrig habe ok meinst du wegen da hinten hin kommen aufsammeln oder was hm wegen aufsammeln oder was da hinten ja du meinst du würdest auf die Köter weglocken aua und außerdem steht da hinten noch ein Kühlschrankraum und ne Kiste und ein Thermometer ok Thermometer kann man aber ja nur mit dem Hammer bauen oder nicht ja das mach ich schon ich hab ja noch mal mit hm komm ich muss jetzt nicht ohne Grund aggressiv werden ulu 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 so ich hab jetzt ja alle abgeendet irgendwie schon hm was hast du ich ente klar hat dir alles ab ja das machst du aber fein das machst du aber fein fuck jetzt hab ich außerdem ne Biene eingefangen so wie mal es gibt so du würde ich mich nicht mehr attacken weil ja nur die hier vorne sind die kommen wir nach und nach wieder deswegen ist alles gut kann ich mir ein paar bonbons kann ich mir ein paar bonbons herstellen ja und du bist bescheuert das ei schmilzt da viel zu schnell drinnen so der fans wenn es wieder tag ist gehen wir dann los fackeln habe ich mit stein habe ich zur not mit stroh habe ich mit und sticks und flint obwohl wir stein eigentlich brauchen ich tue mal die hälfte hier rein ich nehm ich nehm 15 steine mit dann habe ich jetzt ein viertel jetzt drei viertel habe ich jetzt weggepackt so fisch 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 ane das da ich sag mal so ein ding fisch kaum leben drei peeren kannst du nicht rohen fisch essen also nicht dann komm her an den für leben oder für hunger leben brauchen das nicht da musst du blumen freisen oder schmetterlinge pass auf es wird gleich dunkel noch mehr essen ja ich stopfe mich jetzt hier voll da kann ich lange überleben darum ich habe noch ein ding an ich habe Speer und das ja da habe ich alles